Wir sind jetzt gerade hier genau im Zentrum, in Weting, in Bulgarien. Es ist 19.30 Uhr, man sieht, dass es hier die Lokale sind, alles zu. Und man sieht hier kein Mensen, bei den Lokalen drin ist es auch kein Mensen. Die Leute hier in Bulgarien, die Kaltens sind ein bisschen zurück. Man kann die Straße hier ganz am Ende sehen und man sieht, dass nicht so viele Leute hier. Man sieht, dass alles leer ist. Sorry eigentlich. Das ist nur halb acht. Nicht mal halb acht. Das war's von uns, bis dann.